ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge der survivalist hier auf meinem kanal ich habe mir überlegt die pfeile packe ich doch mal lieber unten rein dass wenn ich die brauche dass ich die direkt hier aufsetzen kann obwohl ich glaube haben wir noch einen bogen dann nehmen wir notfalls neuen bogen mit das glaube ich auch gar nicht mehr so verkehrt das glaube ich auch nicht verkehrt leute denn wir machen das haben die kisten der fast dass sie keiner raus ok dass sie kann auch noch raus dann machen das noch raus dann hauen wir dann einmal dementsprechend die sachen weg hier in die kiste müssen wir definitiv noch mal auf formen leute keine andere wahl leute steine weg und dann geht's los wir haben jetzt drei mit einer metallkeule das sollte gut was geben was brauchen wir wir brauchen wolfspelz ne wir brauchen wolfspelz für die stachelige war das richtig dann gucken wir mal lieber nach wir brauchen wolfspelz genau drei wolfspelz ich meine die nägel sind nicht das große problem mittlerweile aber das mit dem wolfspelz das ist so noch so die sache wir werden gucken dass wir irgendwie jetzt ein bisschen looten ich denke mal wenn die affen kämpfen leveln sie auch und werden dementsprechend auch stärker oder sowas das könnte mir zumindest gut vorstellen das heißt wir müssten schauen dass wir eigentlich viel kämpfen damit wir die affen dementsprechend leveln können damit sie auch stärker werden ich glaube dass das ist so ne schreibt es euch in die kommentare wenn ihr da erfahrungen gemacht habt und würde mich mal interessieren aber ich meine das wäre so sonst würde ja dann stehen die die sind eine stufe aufgerichtet uiuiui sorry so jetzt werden wir hier mal gucken dass wir dementsprechend auf den bogen gehen ja naja hier mal schauen ja hier ist dann schwarzer panther ne komm schon ja sieht ganz gut aus ok äh ne bogen wollte ich behalten hallo gibst du klar dass du die knochenkeule abgeben willst das weiß ich aber ich brauche den bogen selber haben wir wolfspelz bekommen nein wir haben katzenpelze bekommen und fell aber leider kein äh wolfspelz ne das heißt die schwarzen ging kein wolfspelz sind ja auch keine wölfe ne ist ja eigentlich klar dann schauen wir mal dementsprechend hier etwas weiter runter ob wir hier noch was finden ne das ist ein stuhl den brauchen wir eigentlich nicht das sind hasen wir haben eine kiste gefunden leute wir haben eine kiste gefunden leute cool sehr cool können wir die nicht hier drauf stellen ne oder doch doch die können wir drauf stellen ne ja cool dann nehmen wir die so mit ne wenn das passt natürlich gerne das passt natürlich gerne ne dann gucken wir nochmal hier ob dann noch was ist erstmal kiste gesichert ne ok da ist eine höhle da ist so eine gruft oder sowas was das da ist sollen wir reingehen sollen wir mal versuchen vielleicht haben wir die möglichkeit noch einen weiteren affen zu bekommen leute oder waren wir hier schon dran das kann ich jetzt aktuell nicht sagen leute wisst ihr schon oder wisst ihr ob wir hier schon drin waren ich kann es nicht gerade sagen sind hier unten irgendwelche gefahren hier unten geht es glaube ich weiter ne oben geht es nicht weiter ne unten geht es weiter diesmal ok die sind also komplett verschieden auch aufgebaut ok sieht safe aus warum abgeschlossen geil die affen werden immer stärker ne ok bessere waffen ja ok dann waren wir hier schon hier ist nämlich nichts mehr ne ja hier ist ja heute alles leer dann waren wir hier schon drin ok gut dann weiß ich da bescheid das heißt hier waren wir schon schade hättet ihr mir auch mal sagen können dass wir hier schon drin waren ne oh hier können wir auch noch was machen cool jetzt habe ich glaube ich so wie ein kochtopf was denn da glasflasche sauberes wasser ok kohl können wir herstellen aus nutzholz ok da können wir ja können wir aber auch fahren das ist ja nicht schwer sollen wir die kisten hier looten machen wir mal ne kann auch nicht unbedingt immer verkehrt sein da hinten sind noch kisten die looten wir auch noch direkt hier sind die kisten und sonst war es das ne ja sonst war es das ok aber ne dann so waren wir sonst hier schon drin ok eh klar es ist natürlich dunkel hier ne nehmen wir mal mit ist hier drin noch was drin Taschenbruch eintrag ok nehmen wir mal mit einen neuen Geschichte eintrag erhalten cool ich brauche den Bogen ne ok hier ist eine Gefahr ok ok ich sollte mich vielleicht nicht treffen lassen wie eventuell nicht ganz so nah ist aber ansonsten sieht es ja ganz gut aus ne können wir das hier kaputt machen ok ok können wir einsammeln perfekt können wir nichts machen ok ich hasse Möwen ok interessant ok 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 holz wir brauchen wir nicht ne holz wir brauchen wir nicht ne holz wir brauchen wir nicht Leute ok eine Plünderung steht an eine Plünderung steht an ok na gut dann wären wir jetzt zurück wenn eine Plünderung ansteht dann ist das natürlich sicher dass wir jetzt zurück dass wir jetzt zurück müssen ne ok dann wären wir zurück und schauen mal dass wir das irgendwie hinkriegen ok Wildschweine ne machen wir jetzt nicht das machen wir jetzt nicht Leute kommt Affen kommt 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 Wildschweine sind auf jeden Fall wieder hier gewesen hier auch das heißt wir müssen nach der Plünderung am besten wieder rüber und dann dementsprechend dann die Wildschweine holen den Wildschweinpelz ne das glaube ich ganz sinnig aber kriegen wir glaube ich hin kriegen wir hin jetzt geht es erstmal an die Plünderung Leute Plünderung wird ja auch immer stärker wenn ihr da natürlich Erfahrung habt auch gerne Bescheid sagen würde mich immer auch mal interessieren Leute aber gut wir haben jetzt erstmal hier zumindest einiges geschafft einiges geholt nochmal Betäubung stach und alles was wir hier gekriegt haben das ist heftig dann machen wir nächste Folge machen wir eine Aufräumfolge würd ich vorschlagen nächste Folge eine Aufräumfolge ne wo wir dann hier mal komplett die Kisten aufräumen und alles sortieren das können wir machen und dann schauen wir dass wir nochmal dementsprechend hier irgendwie an Metall kommen und nochmal eine weitere Waffe machen irgendwie so eine Metallkeule das wäre glaube ich gar nicht mal verkehrt weil wir sind dadurch natürlich wesentlich stärker geworden und das ist gar nicht mal so verkehrt Leute und ein weiterer Affe wäre auch nicht verkehrt ne müssten wir gucken dass wir noch einen weiteren Affen kriegen ne ich weiß nicht wo müssten wir finden so ich halte jetzt die Plünderung ab eben wir haben Pfeile drauf das ist gut oder zweiten Bogen haben wir noch bekommen und ansonsten müssen wir abwarten jetzt ansonsten müssen wir jetzt abwarten Leute ist einfach so Essen was kann man was kann man eigentlich mit Zuckerrohr machen mit Zuckerrohr wüsste ich jetzt nicht was wir machen können bereite deine Verteidigung vor ja also das ist genauso wie ja ok oh ein Roller oha eine Roller Leute ok Plünderung ist vorbei nice da oben liegen Pfeile es sind aber glaube ich lausige Pfeile so wie es aussieht aber kann nicht verkehrt sein ist hier unten irgendwas an Loot? ne 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 gut was haben wir bekommen wir haben lausige Pfeile nochmal bekommen ja ja lausige Pfeile waren das ok Werkzeuggriff haben wir wir haben ein bisschen was bekommen nicht viel aber naja besser als nix ne besser als nix Leute sollen wir jetzt nochmal rüber oder sollen wir erstmal aufräumen machen wir nächste Folge eine Aufräumfolge oder oder wir machen jetzt nochmal eine Farmfolge wo wir mal komplett farmen gehen hinten nochmal Wildschwemmpelz ich glaube das wäre gar nicht mehr so verkehrt ne ich glaube das machen wir auch kriegen wir hin kommt dann machen wir das nochmal wir gucken jetzt aber erstmal nach die Kiste was hier drin ist das würde mich auch nochmal interessieren naja naja nicht wirklich ne ja nicht wirklich Leute das war jetzt äh ein Satz mit Dix das war wohl nix können wir Werkzeuge oder sowas eigentlich mal wegschmeißen dass wir die vernichten können irgendwie was wisst ihr was ich meine das würde mich auch mal interessieren ob das geht oder wie das geht aber wie gesagt das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben wenn ihr da auch was wisst zu ne also relativ viel in die Kommentare schreiben wäre nett und in dem Sinne danke ich euch erstmal fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Leute morgen ne morgen nicht Freitag 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 Sonntag Montag Mittwoch Freitag Sonntag jeweils viermal die Woche in dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen bis dahin Servus und Tschüss Folge Dos noch bis Bis zum nächsten Mal.